Wo bin ich hier? So eine scheiße. Oh Gott. Ich muss da hin. Fuck, Alter. Mann. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Warte mal. Ist da... Fuck. Nein, nein, nein. Ich muss nicht schnell wechseln, sonst werde ich auch noch getötet. Fuck, scheiße. Mann, wie... Was ist das hier? Oh, mein... Mein Kopf wird... Wird richtig schwindelig. Fuck, wo bin ich hier? Oh. Achso, ist es schon wieder Zeit? Okay. Yo, yo, Leute. Was geht? Mixi mal wieder hier am Start. Heute mal wieder mit einer Far Cry 4 Jäger-Experten-Serie. Ich hoffe, sie gefällt euch. Wenn ja, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Und ja, in der ersten Episode haben wir drei Tiere getötet. In dieser Episode wollte ich probieren, wieder drei zu töten. Ich hoffe, das schaffen wir. Okay, das erste Tier auf der Liste heute ist der Bär. Oh Gott. Nein. Ist das ein geiles... Hammer. Hi. Schießt die denn hin. Nein, schießt da nicht meine Hunde ab. Das sind meine Hunde. Hör doch auf, sie zu schießen. Du willst auch sterben, ne? Ey. Sterb, sterb. Wow. Was war das? Warst du das? Wurde ich entdecken? Was für Bomben? Was für Bomben? Ich will... Okay, ich lasse es drauf ankommen. Oh, oh, da. Ah, fuck. Komm wieder. Ah, ha, ha, ha. Durch die Wand, du Opfer. Oh, oh. Hä? War das alles? Okay, okay. Oh, nein, nein. Wie? Im Ernst? Warum bin ich... Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, aufs Neue. Wird ne lange Bahn. Wir fahren hin und her. Das ist nicht alt so fair. Im Straßenverkehr. Oh, ja. Es ist... Nee. Einfach nein. Einfach nein. Ah! Oh, ha, ha. Ey. Nee, 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 nee. Nein! Oh, Mann, bitte nicht. Komm. Fuck. Das war knapp. Egal, ich gehe jetzt einfach zu Fuß weiter. Alter. Was ist denn das für Riesenberge? Ich habe eine gute Idee. Dann würde ich sagen, dann fliegen wir dahin. Was? Ja! Au. Wart mal. Hier sind drinnen. Ja! 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 Das sind Bieren. Ich glaube, die haben mich gesehen. Oh, fuck! Hilfe! Nein! Ah! Hilf mir, Reni. Hilf mir! Bleib hier, bleib hier. Nein, 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 lauf doch nicht weg! Wo willst du denn hin? Ich bin doch hier. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, lauf, 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 lauf. Okay, ich habe mich jetzt hier versteckt. Ich hoffe, er findet mich hier nicht. Oh, fuck. Ich habe so Angst. Oh, da ist er. Da ist er. Ich beobachte dich. Ich sehe dich ganz genau. Ich glaube, er hat mich gesehen. Oder? Ja, ja, er hat mich gesehen. Oh, fuck. Oh, fuck, oh, fuck, fuck, fuck. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Nein, 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 nein. Komm, bitte, 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 ich hilfe. Oh, fuck. Ich muss hier weg. 1, 2, 4. Oh, mein Gott. Alter. Tja, das kommt davon, dass du dich mit einem Falsche angelegt hast. Bitch. Okay, den ersten auf unserer Liste haben wir. So, ich wollte ja hochgehen. Wie komme ich? Da muss ich lang. Okay. Ich glaube, wir springen. Und sprung. Oh, fuck. Oh. Oh, fuck. okay ich würde sagen dann klettern war los und und wir klettern wir klettern immer höher wir klettern immer höher und immer immer höher okay ich bin oben angekommen warte mal ich wohne hier doch wie geil okay warte welches welches hier brauchen wir jetzt eigentlich wir brauchen den elefanten oder wo ist der elefant okay irgendwie finde ich den nicht aber ich weiß genau wo man ihn findet man findet ihnen nämlich genau am wasser ungefähr ich würde sagen dann springen wir und los landen fischer perfekt schon wieder zwei wählen ich glaube ich sag der rechte gewinnt ja ja der rechte hat gewonnen klarer sie kann ich mich ja mitte man sieht sich wichser dass mich durch okay anscheinend muss ich darunter ich glaube ich glaube okay gut was geht denn da hinten vor sich okay das waren alle was ist denn das sie verbrennt eiskalt okay wo muss ich ich muss da runter ich glaube da unten sind irgendwo ach schon wieder ein poster verbrennen okay wo muss wo sind die elefanten hallo elefanten hey da hinten meine freunde hey was geht freunde na 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 wo wart ihr hin nicht euren's nein man was war das was ist das was ist das was ist das das ist das ist das ist das ist das ist gefährlich wir machen mal das boot gehört ich nehme mir das mal ne ich lehne mir das aus ich finde euch ist das ein jet ski ich hab'n ich hab'n gefunden oh mein gott wo mir abgeht da sind sie oder ich fick' euch ne ach man ich scheiß wichser erstmal wieder umdrehen hehehe es funktioniert noch ihr wichser weißt du was ich mache mit so menschen mit dir ich werfe sie mit stein ab die tut so absurd ist sie gar nicht aber was juckt sie friss stein friss stein ha 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 war brenne na 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 noch mehr andere leute oh man ach man das ist doch so schlimm was im ernst ich habe elefanten gefunden oh wie haben wir ich habe elefanten ich kann nicht einfach nicht töten du bist einfach so besonders aber es darf nur einer leben also tut mir leid für den anderen tut mir so leid dann müssen wir nicht übel bitte was willst du eigentlich es tut mir einfach so leid jetzt haben wir den zweiten heute getötet ach man es tut mir so leid für den anderen elefanten aber ich habe ja noch dich wie nenne ich dich eigentlich ich glaube ich nenne ich ellie ellie ist ein guter name marvin marvin ey was geht marvin marvin hallo mir stört nicht mal das feuer alles ok bei dir marvin irgendwie juckt es sie nicht ne warte mal ich hab mal eine andere idee wenn du das überlebst marvin bist du echt der beste hohoho jetzt brauchen wir noch das schwein das schwein findet man brauchen das schwein oh god ist das weit weg wir müssen mal hin wir müssen nach dahinten es geht ja ne Und schlafen. Oh, Mann. Das ist so geil, Elefanten zu haben. C4. Geil. Ich glaube, ich habe dir geholfen. Alles okay bei dir? Oh, Vorsicht, Vorsicht, pass auf. Du, ah! Nein! Ich konnte dir nur. Sie war doch noch so jung. Hui! Hab, Renne! Weg da, aus dem Weg! Selber schuld. Aus dem Weg! Was? Im Ernst? Alter, und aufs Neue. Einsteigen? Was ist denn jetzt los? Warum? Ich verstehe das Spiel nicht! Alter, das Spiel verarscht mich doch. Ohne Scheiß, Mann. Ich fasse mit einem verkackten Auto dahin. Verpissst euch! Okay, aussteigen. Was bist du? Ich komme nachher. Tschüss. Allein, ich bin! Allein, ich bin! Okay. Oh, gefährlicher Weg. Okay. Oh, Tiere, überfahren! Los! Oh, fuck, 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 fuck! Nein, 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 nein! Nein! Oh, Mann! Oh, wo komme ich wieder hoch? Ey, warte, ich helfe euch! Hello darkness, my old friend! Okay, ich glaube, ich habe ihm geholfen. Ich komme nicht hoch! Mann! Wie komme ich denn da hoch? Okay, warte, ich habe eine bessere Rede. Ich springe einfach. Hopp! Ja! Okay, landen. Perfekt. Ähm, hey, sieh, miss, ähm, brauchen sie vielleicht Hilfe? Sieht so aus, ob er euer Auto kaputt. Ich, brauchst nicht winken. Ich frage nur, ob du Hilfe brauchst. Oh, warte. Oh, mein Gott. Ähm, miss, wir müssen hier weg, wir müssen hier weg. Das könnte hier gefährlich werden. Miss, haltet mir zu. Wir müssen hier weg. Schnell, schnell, schnell. Stopp! Hopp, hopp, hopp! Springen Sie aufs Auto! Aufs Auto! Oh, nein, es tut mir so leid. Ich kann euch nicht helfen. Hey, wie kannst du mich angreifen? Ich bin auf dem Auto. Wie kannst du... Tötet Katze. Keiner hat nicht schockt. Ey, schießt nicht auf mich. Stirb. Mann! Verpisst euch doch mal. Los, Attacke, Katze! Mann, geh doch nicht auf mich, wir sind Freunde. Geh weg! Geh weg! Okay, ich hatte eine gute Idee. Komm her, los! Eins gegen eins, los! Komm! Schöp! Ja, ja, stopp, 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 stopp! Ich dachte, das hilft mir, ja, fuck! Aufs Auto! Ja, ich hab gewonnen! Haha, legt sich's nicht mit mir an. Verbrenne! Oh, fuck, heiß. Hi! Ey, schieß doch nicht auf mich! Was soll das? Stirb! Haha, drehe dich ruhig mit deiner Kante. Haha, stirb! Okay, dann würde ich sagen, dann fahren wir jetzt weiter. Okay, oh, fuck! Mann! Ihr seid scheiße nervig, Mann! Lern fahren! Wie geht's auch zu den scheiß Pennern? Mann! Mann, du scheiß Pennern, lern fahren! Okay, was? Oh, komm, weiss! Oh, Granatio, Nummer eins! Nummer zwei! Und Nummer drei! Mann, du steckst hier nicht! Mann! Warum? Und wieder das Neue. Ich weiß nicht, wie oft ich schon gesagt habe, ob's Neue, aber es ist einfach definitiv zu viel. Ich glaube, ich muss hier lang, oder? Ich spreng ja. Ah, Mann! Ah, Mann! Geh auf! Okay, jetzt aber. Sprung! Und quingsuit. Über die Brücke. Ah, knapp. Landen. Perfekt. Was, meistert der Adler von ihm gerade? Lieg da nicht weg, du Pussy! Okay, da hinten müssen also die Schweine sein. Ist das ein Schwein? Ich dachte, die greifen mich nicht an! Ah, fuck! Nee, nicht jemand! Wenn ich jetzt nicht... Ich glaube, ich spinne. Ich glaube, ich spinne. Wo sind wir denn hier? Alter, scheiße! Wo bist du, Scheißschwein? Ich krieg dich. Ich krieg dich. Wo bist du? Da bist du ja! Hörst du dich nicht nur mal, sondern mit dem Wurfmesser? Dürr! Park daneben! Jetzt aber! Ja! Komm! Du brauchst gar nicht so gucken, ich krieg dich auch! Ja! Zwei und da, wo ist der dritte? Du brauchst dich weglaufen, ich krieg dich! Ja! Okay, jetzt hab ich den dritten für heute erledigt. Der Adler von Leben! Komm wieder her, meine Pussy! Komm! Nein, 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 bitte nicht! Nein! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Ich... Ich glaub, ich hab ihn getroffen! Ich hab ihn getroffen, wie geil! stop! Du Scheiß! Ah! Euer, ich hasse dich! Vielleicht hat er ja noch was Gutes bei sich! haha gepolt jo was geht Max mal wieder hier ich hoffe euch hat das Video gefallen wenn ja lasst doch einen Daumen nach oben da vergesst nicht zu kommentieren oder zu abonnieren och ja und ich probiere in der nächsten Episode die Regeln von euch zu folgen und ja bis dahin ciao wow oh my god i jucke ja 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 ja